Ritas Welt So sehen Ritas Kids heute aus. In Ritas Welt herrscht oft Chaos, aber die schlagfertige Supermarktkassiererin Rita Kruse, gespielt von Gabi Köster, 59, findet für alles eine Lösung. Immer mit dabei. Ehemann Horst, Tochter Sandra und Sohn Markus. 1999 startete die Erfolgs-Sitcom mit der Kölschen Frohnatur. Doch was wurde eigentlich aus Ritas Serien-Kids Markus und Sandra? Wir zeigen es euch. In Ritas Welt spielt er Markus. Den kleinen frechen Sohnemann von Rita Kruse. Heute ist der mittlerweile 31-jährige Schauspieler kaum wiederzuerkennen. Marius Theobald erhielt im Jahr 2016 sein Diplom als Schauspieler. Danach spielte er in einigen Theaterstücken. 2018 mimte er die Rolle des Alfred in dem 2020 erschienenen Film Narzis und Goldmund, wo er unter anderem neben bekannten Schauspielgrößen Uwe Ochsenknecht, 65, Emilia Schüle, 28, und Jessica Schwarz, 44, zu sehen ist. Auch heute noch hat er engen Kontakt zu seiner damaligen Serienkollegin Gizzi, gespielt von Franziska Traub, 59, die er in einem Instagram-Post liebevoll sein Tantchen nennt. Ritas Serientochter Sandra war mitten in der Pubertät. So versuchte sie sich immer wieder über ihre Eltern Rita und Horst hinwegzusetzen und geriet oft mit ihnen aneinander. Gespielt wurde der Teenie von Jasmin Schwiers, 39, die von 1999 bis 2001 die Rolle mimte. Nach ihrem Ausstieg bei Ritas Welt ist die Schauspielerin so richtig durchgestartet. So war sie unter anderem im Tatort bei Polizeiruf 110 oder Soko Leipzig zu sehen. Heute ist sie eine beliebte deutsche Schauspielerin, zweifach Mama von ihren Kindern Juli, 7, und Fein, 2, sowie Ehefrau von Comedian und Schauspieler Jan van Weide, 42. Ritas Welt auf TVNOW streamen. Ganze Folgen von Ritas Welt stehen auf TVNOW zum Streamen bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020